Das TCM-Zentrum Freiamt liegt mitten im Zentrum von Wohlen. Es wurde 2005 von Martin Berlinger und Anna Seifert gegründet und ist das älteste und größte Kompetenzzentrum für Alternativmedizin in der Region. Schwerpunkt der Therapieeinrichtungen des Zentrums bildet die traditionelle chinesische Medizin TCM mit Akupunktur, Phytotherapie, Tuina, Moxa und Schröpfen. Weiter betreuen Sie Spezialistinnen und Spezialisten in Shiatsu, Reflexologie, manueller Lymphdrainage und Kinesiologie. Wir pflegen einen guten Kontakt mit den Ärztinnen und Ärzten der Umgebung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns unverbindlich an. Wir freuen uns auf Sie!